Ja, geiles Zeichen, ich will anfangen das Video zu drehen, jetzt fängt mein Augenlid wieder an zu tittern, aber egal, weil eigentlich ist es ja Mitte 2020 sowieso komplett witzlos noch so ein Mikrofon wie das Shure SM7B zu testen. Ich mache es aber trotzdem, einfach weil ich persönlich momentan gerade Interesse habe an Mikrofontests, denn eigentlich könnte ich es mir echt sparen, weil ich weiß, dass nahezu keiner meiner YouTube Zuschauer Interesse an solchen Mikrofonen hat. Wenn, dann wären es die Billigen von Gaming-Headsets und wenn einer jetzt noch nach so einem Test suchen würde, dann würde er einen der Tests sehen, die hunderttausende Views haben, weil das Ding schon vor Jahren zu Tode getestet wurde. Von Profi-Mikrofontestern, von Profi-Twitch-Streamern oder auch Podcastern und so weiter und so fort, kann ich mir deswegen heute auch ein paar Dinge sparen, einfach ein paar Sachen, einfach gar nicht erwähnen, weil die nicht wirklich interessant sind, möchte ich auf die paar Dinge eingehen, die ich eben über die paar letzten Wochen, die ich mit dem verbracht habe, einfach kennengelernt habe, möchte ich darauf eingehen. Es ist nicht ganz billig mit 360 Euro, aber es ist eben auch ein Profi-Mikrofon, es ist eben auch als das Michael-Jackson-Mikrofon auf YouTube bekannt geworden, der hat damit, glaube ich, Thriller aufgenommen und deswegen müssen wir auch nicht kurz diskutieren, ob das Ding sein Geld wert ist oder ob es gut ist. Es ist bekannt als der Goldstandard und ich habe da letztens erst ein Video gefunden, als sich einer wirklich doch glatt die Mühe gemacht hat, die Top 250 Twitch-Streamer rauszusuchen, welches Mikrofon die nutzen. Und von den Top 250 hatten 111 ungefähr, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher über die Zahl, das Shure SM7B und insgesamt der Marktanteil von Shure bei diesen 250 lag bei 44%, also müssen wir nicht diskutieren, das Ding ist geil. Aber es kommt auch mit ein paar Einschränkungen daher, zum Beispiel nutze ich ein Focusrite 6i6 Audio-Interface. Und wie ich jetzt eben mitbekommen habe, gerade wenn ich mir jetzt noch ein paar andere Mikrofontests so ansehe, was es da noch alles als Alternativen gibt und so weiter, ist mir eben bewusst geworden, dass das Shure ja ein bisschen mehr Power braucht, als mein Focusrite eben eigentlich bieten kann. Das hat mein erster Test schon bewiesen, als ich das Ding komplett aufdrehen musste und eben komplett aufgedreht, macht so ein Audio-Interface eben Störgeräusche. Die kann man zwar recht gut auffiltern, aber deswegen würde ich jedem empfehlen, der eben überlegt, sowas zu kaufen, aber schon ein Audio-Interface hat, das aber eben nicht die Power hat, sich vielleicht so ein Cloud-Filter oder auch eben ein Fathead anzusehen. Denn es ist im Prinzip so ein Zwischending, dass ihr eben zwischen das XLA-Kabel steckt und dann habt ihr eben cleane 20 dB mehr an Power und dann sollte das auch gar kein Problem sein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ding jetzt mal kurz an, aber eben auch nur kurz, weil das Ding habt ihr mit Sicherheit schon irgendwo mal in einem Podcast oder auch sonst wo gesehen. Und derjenige, der meinte, dass ein Road-Podcaster deutlich mehr benutzt wird, der Anteil lag dort, glaube ich, bei nicht mal einem Prozent bei diesen 250 Twitch-Streamern. Ja, verarbeitungstechnisch absolut Ding. Ja, Ding, super meine ich natürlich, das Ding, denn es ist sehr, sehr stabil gebaut. Was ihr dann allerdings auch bekommt, das finde ich sehr, sehr praktisch, ist neben dem Filter noch so einen großen. Und wenn ihr eben absolut sicher gehen wollt, dass ihr keine Plotionsgeräusche habt, wenn ihr eben nicht die beste Microphone-Technik habt, dann benutzt es. Denn mir ist aufgefallen, mit dem hier und eben gerade auf der Rückseite dem befindlichen Filter, als der noch neutral geschaltet wurde, dass ich in meinen Videos oder auch gerade bei dem Podcast noch relativ oft Plotionsgeräusche hatte. Mit dem großen dann eigentlich nicht und dann ist das auch okay. Den, also könnt ihr nach unten stellen. Mir wurde allerdings letztens erst bewusst, dass die meisten sowieso einen 80 Hertz Cut-Off machen, dass man eben solche Geräusche nicht hört. Aber mit dem und dem großen Filter war es dann sowieso gar kein Problem. Dann gibt es noch die Möglichkeit, es eben linear zu lassen oder in den Mitten einen Präsenzboost zu geben. Ich habe den aber rausgenommen, weil ich es so einfach natürlicher finde. Was mir dann auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Art, wie man eben das Kabel befestigt. Denn das ist vorne, würde man dann hier umleiten können. Und das finde ich eine wirklich praktische Sache. Und falls sich jetzt vielleicht einige fragen, ich hätte gerne einen Boomer, welchen kannst du mir empfehlen? Ich habe den von Blue. Ich glaube, der heißt Radius oder so weiter. Und der ist dem Rode, der eigentlich wahrscheinlich relativ beliebt ist, eigentlich überlegen, weil er deutlich stabiler ist, deutlich fester ist. Aber da ist mir eben auch aufgefallen, dass der mit leichtem Mikrofon nicht klarkommt, weil ich kann den nicht so flexibel einhören. Ihr seht schon, der hebt jetzt einfach ab und ich habe schon alles angezogen und so weiter. Deswegen, wenn ihr was Flexibleres wollt, was auch ein bisschen günstiger ist, aber vielleicht eben nicht ganz so stabil, nicht ganz so, würde ich mal sagen, profimäßig aussieht, dann könnt ihr Problem nur zu dem von Rode greifen. Hatte ich selbst jahrelang, bereu es, dass ich ihn mittlerweile eben recht günstig verkauft habe. Aber der, der ist auf jeden Fall stabil genug. Also das ist ein gutes Ding. Aber es ist auch deutlich klobiger, wie das von Rode. Und da wir das jetzt im Prinzip schon durch haben, würde ich sagen, schalte ich das mal hin und dann hören wir es uns mal an. So, und da haben wir es jetzt auch, das SM7B in Aktion. Ja, den Boomarm kann ich nicht wirklich besser verlegen. Also es ist für mich auch leider keine Option, so mit der Nutzung eben für meine Videos, weil ich einfach hier die Kopfhörer immer habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera wechsle, ist das Ding komplett im Weg. Also kann ich es nicht wirklich nutzen. Aber ich würde es gerne, weil ich muss halt sagen, es hat einen Riesenvorteil. Der Sound ist einfach so clean, wenn ihr eben das Ganze, irgendwelche Nebengeräuschen rausfiltert, was eben bei mir in diesem Falle von meinem Audiointerface irgendwie weitergegeben wird, dann ist das eben so geil, wenn ihr absolut nichts mehr hört. Also man hört eben keinen PC mehr. Man hört eben keine Außengeräusche, weil die Dinger dadurch, dass sie dynamisch sind, sind eben nur hier auf euch zielend, wenn man das vernünftig macht. Und wenn man dann eben auch richtig reden kann, ohne dass man jetzt direkt Plotionsgeräusche auslöst. Oder wenn wir zu einem Beispiel jetzt einfach mal den großen nehmen, wo euch das eigentlich kein Problem mehr darstellt, dann ist das eine geile Sache, weil es ist schon ein absolut geiles Mikrofon, muss ich einfach sagen, weil mir gefällt es klanglich voll gut. Wobei ich sagen muss, gerade dadurch, dass ich eben einen recht großen Geräuschfilter draufsetzen muss, eben bedingt dadurch, dass meins rauscht, wird eben dadurch immer ein bisschen so der Hochton gesmoothed, wird nicht mehr ganz so klar. Deswegen die Aufnahmen, die ich gemacht habe, auch zum Beispiel der Podcast, den ich damit aufgenommen habe, und auch die paar anderen Videos, auch den Live-Sim und so weiter, da war ich jetzt vom Klang nicht so mega begeistert, weil er mir einfach ein bisschen zu dumpf war. Aber eben das Geniale ist bei so einem Ding, wenn ihr die Hardware-Voraussetzungen habt und eben auch, wenn ihr so ein hochquatratives Mikrofon habt, dann macht es erst wirklich Sinn, ein bisschen mehr eben in das Nachbearbeiten reinzustecken, was ich vorher gar nicht wusste. Denn ich dachte, eigentlich eine komplett falsche Annahme, dass wenn ich ein super Mikrofon habe, ich dann eben nichts mehr am Sound machen muss und ich mir keine Sorgen machen muss. Und das habe ich aber erst letztens bei so einem Kanal, der eben Mikrofone testet und der hat schon hunderte getestet, Podcastage, vielleicht mal nachgucken einfach dort, der hat eben gesagt, das ist eigentlich ein falscher Ansatz, denn normalerweise, gerade je besser das Mikrofon ist, desto besser könnt ihr eben nachbearbeiten, ohne dass es irgendwie klanglich negative Einflüsse hat. Und deswegen könnt ihr hier zum Beispiel schön mit dem EQ arbeiten, was ich nicht mache, weil ich nicht wüsste, wie meine Stimme, je nachdem wie sie EQ, das besser klingt. Aber mir ist so aufgefallen, ein bisschen zu dumpf, da müsste ich vielleicht ein bisschen Höhen erhöhen. Und deswegen ist es so mit meinem Equipment momentan auch nicht optimal. Da würde ich mir dann entweder ein Fathead zulegen müssen oder eventuell was mit dem EQ machen. Aber ich persönlich habe mir überlegt, das werde ich noch probieren zu testen, das Beta 58 von Shure. Denn das hat so einen leichten Boost in den Höhen. Dadurch ist es sehr, sehr klar. Es ist zwar eigentlich so ein Mogel-Mikrofon, sieht aus wie diese typischen mit dem Runden. Ich kann es euch ja mal einblenden. Und das ist definitiv eins, das eher aussieht wie so ein Profi-Podcasting-Tool, weil es sieht halt gerade eben mit dem Aufsatz sehr, sehr dezent aus. Und das seht ihr eben auch deswegen bei allen YouTubern. Es wirkt erstens mal, ja, professionell. Definitiv mehr als so ein Gesangsmikrofon. Wobei das ja eigentlich nichts Negatives ist. Aber es hat eben auch den Klang, weil es ist sehr, sehr neutral abgestimmt, was ja jeder mag. Und deswegen kann auch jeder damit arbeiten, weil jeder Tontechniker, Mixer und so weiter eben weiß, oder Sänger, was er erwarten kann. Weil es ist einfach so, und das habe ich mittlerweile eben durch die ganze Recherche und so weiter mitbekommen, dass Leute einem Mikrofon extrem lange treu bleiben und das auch immer wieder nutzen, weil sie ganz genau wissen, wie sie mit ihm singen müssen, wie sie sich verhalten müssen, alles Mögliche. Ich habe natürlich auch viele Leute gesehen, die so ein Mikrofon nutzen und nicht wissen, was sie machen. Denn da ist zum Beispiel so ein Kanal, ich will jetzt keinen Namen nennen und so weiter, der hat das Ding und irgendwie übertreibt das mit dem Gain und er klippt ohne Ende. Also wenn er manchmal bestimmte, gerade hochfrequentere Töne nutzt, dann klippt das Ding. Also das heißt nicht automatisch, dass wenn ihr ein Profi-Tool habt, ihr auch automatisch Profi-Aufnahmen habt. Denn auch wenn es ein cooler Kanal ist, der Content geil ist, als jemand wie ich, der eigentlich nicht mal unbedingt ein Mikrofon-Profi ist, fällt mir auf, dass da eigentlich das Ding zu unnütz genutzt wird. Weil was bringt einem das beste Mikrofon, wenn man nicht damit umgehen kann? Also bevor man sich so ein Mikrofon holt, das gilt natürlich aber auch jetzt für mich zum Beispiel, sollte man erstmal lernen, wie positioniert man das Ding am besten, weil man sollte eigentlich nicht direkt reinreden. Eher so ein bisschen auf dem Winkel, dass eben auch die Plotionsgeräusche nicht reingehen und so weiter und so fort. Dann eben, wie man redet, dass man eben auch die Distanz gleich behältet. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiter weg gehe, bin ich natürlich leiser, gehe jetzt näher ran, durch den Proximity-Effekt und so, dann klingt das eben ein bisschen intensiver. Und das sind lauter kleine Dinge, die man einfach sich bewusst sein muss. Und es gibt viele, ja, die haben das Ding und haben nicht die Qualität, die sie nutzen können, aber es ist ein geiles Tool, denn die ganzen Podcaster, die es nutzen, die ganzen Twitch-Streamer, die haben alle eine super Qualität, wobei die großen, ja, also ab einem bestimmten Level sollte man auch mit einer entsprechenden Qualität beim Sound, ja, mit rechnen. Aber wie schon gesagt, ich wollte gar nicht allzu viel sagen. Das einzige Wichtige, worauf es sich am Ende nochmal hinaus will, das Ding braucht sehr, sehr viel Power. Also holt euch entweder von Anfang an ein, ja, sehr hochpotentes, von der Power her eben versehenes Audio-Interface, holt euch entweder dann, wenn nicht, eben ein Cloud-Filter oder ein Fathead, lernt, wie ihr es positioniert. Es braucht auf jeden Fall ein Boomarm, dafür ist es auf jeden Fall konzipiert. Guckt euch an, wie ihr das benutzen wollt, eben mit oder ohne. Falls ihr Plusionsgeräusche absolut nicht in Kauf nehmen wollt oder nicht riskieren wollt, dann nehmt den dicken Aufsatz, ansonsten nehmt den kleinen, der definitiv deutlich dezenter aussieht, fummelt ein bisschen an den zwei Filtermöglichkeiten rum. Presence Boost, kann man machen, muss man nicht. Also mir hat es jetzt klanglich nicht ganz so gefallen, wobei ich auch persönlich einfach ein bisschen so höher, brillianteren Klang will, den habe ich mit der, mit meiner Stimme eben nicht erreicht. Da müsste ich definitiv ein bisschen was EQen. Und wenn ich mir so ein Mikrofon eben holen würde, wenn es sich für mich lohnen würde, dann würde ich da definitiv auch ein bisschen Arbeit mit reinstecken, weil wenn man sowas schon hat, dann sollte man es dementsprechend auch nutzen und eben auch mehr würdigen wissen oder zu würdigen oder zu schätzen wissen. Denn klanglich ist das Ding Astrein. Also es ist schön, dass man halt außerhalb nichts hört. Es ist sauber und clean. Es hat einen schönen linearen Frequenzlauf und so weiter und so fort. Man kann eben mit den Federn rumspielen. Ja, mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Also es ist kein Thema. Das Ding ist auf jeden Fall 360 Euro wert. Für mich ist es nicht optimal, weil ich, ich, ja, habe nichts, wofür ich eben so eine Qualität bräuchte. Meine Podcasts, meine Livestreams brauchen das mit Sicherheit nicht. Da war jeder auch mit meinem normalen Mikrofon zufrieden oder selbst mit den USB-Mikros, die ich da meistens nutze. Aber wenn, dann würde ich vielleicht schon überlegen, sowas zu holen. Persönlich habe ich schon gesagt, wenn ich mir die ganzen Tests so ansehe, zu einem SM57, SM58 und eben auch gerade zu einem Beta, muss ich sagen, was ich von den verschiedenen Leuten, gerade in AB-Vergleichen höre, gefällt mir persönlich, das SM58, also nee, das Beta 58 am besten, einfach weil das sehr, sehr luftig oben rum ist. Und wenn ich dann überlege, ich bräuchte eventuell noch so ein bisschen Rauschfilter, einfach wegen anderen Sachen vielleicht, dann besteht da immer noch genug Hochtonbereich. Wobei ich eben denke, da das eben auch ein bisschen effizient ist, also ihr habt definitiv ein heißeres Mikrofon dort, das heißt, ihr braucht weniger Gain, dann bräuchte ich natürlich auch weniger Geräuschunterdrückung und dann bleibt die Stimme auch schön klar. Also hier, ich werde vielleicht irgendwann im Video nochmal ein bisschen so einen Höhenboost reinmachen, damit ihr das sehen könnt. Und jetzt möchte ich auch nur eins klarstellen, nehmt das Video jetzt nicht als Referenz, als das, was das Ding qualitativ bieten kann. Das Ding kann mit Sicherheit besser. Ich habe so viele eben, ja, YouTuber gesehen, auch Streamer und so weiter und so fort, die da deutlich mehr rausholen und denen ihre Stimme klingt auch professioneller. Denn ich muss halt eins sagen, man kann das beste Mikrofon haben, man kann das beste Equipment haben. Wenn man nicht die passende Stimme hat, dann bringt das auch nichts. Denn ich habe nicht irgendwie wirklich ein besonderes Tonbrenn in der Stimme oder irgendwas wirklich so Kerniges oder Tiefes oder Bassiges. Natürlich empfindet das jeder bei seiner eigenen Stimme ja so, aber, ja, sollte man haben. Und natürlich ist es ja auch in erster Linie auch vielleicht eher so ein Gesangsmikrofon und so weiter und so fort. Aber, ja, wenn es nur das wäre, dann hätten es nicht so viele Streamer und Podcasts und so weiter. Aber ich möchte das Video nicht länger machen, als es sein muss. Cooles Teil, war auf jeden Fall geil, mal getestet zu haben. Persönlich jetzt nicht genau das, was ich brauche. Ich hätte da gerne vielleicht auch was, was ich in der Hand mal heben kann, was bei denen nicht möglich ist. für mich Beta 58, sehr, sehr interessant. Ich hoffe mal, dass ich das auch noch kriegen werde zum Testen von Shure. Aber, ja, ja, keine Debatte. Also, 44% Marktanteil bei Twitch-Streamer natürlich nur. Aber das sagt schon einiges aus. Das sagt schon einiges aus. Aber das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, den 50 Leuten, die sich für Mikrofonie interessieren. Und damit sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.